Was geht ab meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen riesen XXL Candy in den nächsten Tagen Upcoming Video. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir wieder bestellt. Diesmal hier bei dieser Internetadresse. Wir haben ganz viele Süßigkeiten und das Ganze möchte ich gerne mit euch öffnen. Freunde, lange Rede gar keinen Sinn, wir wollen direkt keine Zeit verlieren und das Ganze schnell hier aufmachen. Diesmal haben wir ein bisschen mehr für euch. Glaube ich zumindest. Also der Warenkopf war doch relativ voll. Unser Karton ist auch hier relativ schwer. So, hier ist unsere Einkaufsliste, aber das ist erstmal für euch uninteressant. Boom! Hier ist unser Karton. Na, guck mal kurz, raus, so rein, so rein. So, was haben wir hier für euch? Oh, ein 10 Euro Gutschein, das ist meiner. So, fangen wir an. Ich hoffe, es ist hier relativ viel mehr. Wir haben hier einmal Worms, Dip Lick, Dips for Fun. Das heißt, hier von Xtreme, wir haben hier ein bisschen Fun Candy für euch. Hier auch nochmal so eine Art Milchshake. Nice. Dann habe ich hier von Chupa Chups diese Fun Pan, wo man so einen Lolli selber anmalen kann. So ein Video hatte ich schon mal, aber nicht mit einem Lolli, sondern mit so Esskaubonbons, die man dann halt auch mit so einem Stift anmalen konnte. Die fand ich auch sehr cool, waren aber nicht von Chupa Chups. Dann haben wir hier, was ist das denn, von den Minions, saure Stangen, kann man so sagen, mit einem Mega-Tattoo. Wir haben wieder Tattoos am Start, auch sehr cool. Dann, ja Freunde, ihr wisst, Halloween steht bald bald vor der Tür. Ich habe Marshmallows bestellt, aber eine besondere Edition. Vielleicht könnt ihr es kurz sehen, da, na? Ihr könnt euch das schon bestimmt denken, hier, von den Ghostbusters. Ja, vielleicht gibt es eine Halloween-Edition, ein Video. Mal schauen, was wir uns da vor euch allen feiern lassen werden. Dann habe ich hier, it's Halloween time wieder, habe ich Schokoballs gekauft, in so komischen Augenformen. Vielleicht könnt ihr das hier schon sehen, auch sehr nice. Dann gibt es von Trolli nochmal die Glotzer, hier auch nochmal Halloween-Bonbons mit saurer Füllung, auch sehr cool. Und auf jeden Fall hier mein Favorite. Bam, das war echt teuer, muss ich sagen. Die Twinkies auf der Limit Edition von den Ghostbusters. Ich kann euch sagen, das hat, glaube ich, 10 Euro die Packung gekostet, für 10 Stück. Ja, ist schon eine Ansage, würde ich sagen. Aber, naja, für euch machen wir das natürlich. Und dann gibt es hier nochmal, habe ich hier so ein Stift gekauft mit Schokolinsen, müssten das sein, oder Schokolinsen? Werden wir in den Videos sehen, auch hier Fun Candy. Was habe ich hier noch? War es das schon? No! Ah ja! Schaut euch das mal an, wie das verpackt wurde. Eigentlich sehr gut, denn hier drin befinden sich, ja, kurz Platz machen, Überraschungseier. Die kennen wir ja bereits schon, aber diesmal sind das die kleinen. In den letzten Male, oder es gibt ein Video, da habe ich vier große Überraschungseier geöffnet, aber von der Halloween Edition. Das Ganze werde ich euch gleich am Ende des Videos nochmal verlinken. Zieht euch auf jeden Fall mal rein, auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Ach, schade, ich habe ehrlich gehofft, dass sie uns unterschiedliche geben. Man kann sich das leider nicht aussuchen, aber doch, hier ist schon mal ein anderes. Wir haben drei gelbe und hier, wie viel habe ich bestellt? Ein blauen, das war es dann auch schon. Also insgesamt habe ich fünf Stück bestellt. Freunde, das war es auch schon mit der riesen XXL Candy Junkfood Haul von World of Sweets. Sehr, sehr cool, sehr geile Sachen gekriegt. Juhu, ich habe das Gefühl, dass mir noch was fehlt. Weiß ich nicht genau. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Sonst, wenn ihr weitere coole, freshe Videos mit uns schauen wollt, einfach da unten rechts auf Abonnieren klicken, würde ich sagen. Und hier nochmal, wo das i rauskommt, findet ihr nochmal das Überraschungsei-Video. Mit den vier riesen Eiern. Schaut euch das einfach mal an, im Anschluss. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder mit den ganzen Süßigkeiten hier. Und ja, schaut euch jetzt die beiden anderen Videos hier unten an. Jetzt. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.